Wir müssen das mal hinten runter und versuchen das nochmal. Komm Ben, ist okay. Wir versuchen das jetzt nochmal. Wo ist das zweite Brett? Das linke Rad, jetzt wirst du Hälfte frei. Hier, pass mal auf. Gib dir das an. Wir machen das vielleicht mal andersrums raus, dass wir den Nagel hoch haben. Wir haben den Vorhagen ja doch so gefahren. Also wir haben ein Schlembad genommen, ne? Der hat jetzt gewonnen. Mann! Das sah gut aus. Ja! Jetzt! Ja! Komm mal rein! Komm! Bitte!